Diese Brücke muss weichen. Sie ist etwas marode geworden und hat letztlich ausgedient. Fußgänger, LKWs, PKWs und Radfahrer haben das genutzt. Mit dieser Brücke, mit dieser alten Brücke wird eine Fernwärmerohrleitung geführt, die mehrere Stadtteile versorgt. Die muss auch weichen und wird umverlegt. Ihr seht hier mal ein paar Bilder von der neuen Stahlrohrkonstruktion, von der neuen Rohrbrücke, die entstanden ist. Und der Technik, die angewendet wurde, um diese neue Stahlrohrbrückenkonstruktion über das Gleisbett der Deutschen Bundesbahn zu verlegen. Das ist natürlich ein gewaltiger Aufwand, der hier entstanden ist, um die einzelnen Rohrbrückenteile über das Gleisbett rüberzuführen. Alles ist perfekt gelungen. Sehr viel Aufwand, sehr viel Sicherheit muss natürlich bedacht werden. Das ist ganz klar, um diesen Rohrleitungsabschnitt über das Gleisbett zu führen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für eure Interessen hier auf dem YouTube-Kanal. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch, Videos teilen und weiterhin viel Spaß bei den Videos, die euch natürlich auch helfen auf dem Weg des professionellen Wegschweißers.